Yippie ja je! Sind wir nicht alle ein bisschen Bluner? Jetzt neu, aus regionaler Herstellung und in der umweltfreundlichen Mehrwegkiste. Verschiedene Sorten Bluner und natürlich die kultig leckere Afrikola. Ja, richtig gehört. Afrikola. Einfach erfrischend anders. Zisch! Wer dorstert, kennt sein Ziel. Fink bei einer Getränkefachmärkte. Immer in deiner Nähe.